Pünktlich mit dem Ferienbeginn wird gebaut. Wie wir bereits berichtet haben, kommt es ab Montag zu weiteren Vollsperrungen. Die B156 in Bluno wird zwischen der Patwitzer Straße und Ortsausgang in Richtung Patwitz komplett erneuert. Die Ortsdurchfahrt ist damit über sechs Wochen komplett gesperrt. Eine Umleitung ist über die B97 Hoyerswerda und die S234 ausgeschildert. In Burg Neudorf ist die S130 Innerort zwischen dem Abzweig nach Neustadt und dem zur B97 komplett dicht. Kanal- und Straßenbauarbeiten stehen auf dem Programm. Die Umleitung ist großräumig ausgewiesen über Neustadt, die B156 und die S108. In Neuwiese ist die Kreisstraße zwischen der B96 und der S234 vollgesperrt. Es gibt hier zwei Bauabschnitte. Umgeleitet wird über die B96 und den Kreisverkehr an der Tankstelle in Hoyerswerda.